yo servus leute seid herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal ich bin am start exeter beats da kapital ng az ak unter verdacht heißt der song wir gehen rein let's go auf stern drauf schön erstmal verkackt weiter geht's abziehen wilder beat wilder beat junge exeter du maschine dieses was ein hammer hammer mashup wieder auf die beine gestellt junge mit der straße seit der kind vernet sich auf holen an den versen sie ermittelt war vor dieser zeit übergang war über über krass gerade der war wild aber auch diese kombination wenn du überlegst kapital aggressive maschine angie aggressiv wild az aggressiv geht ab junger und ak brauche ich gar nichts mehr zu sagen ich muss sagen kapja hat hier so eine geile stelle von seinem part lass hören lass hören das ist eine wilde stelle für mich digga dritte auf rippe das war auch die so eine Gänsehaut-Line, als er gesagt hat, ist Angie jetzt bei Capital? Ja, Kollege, Messi spielt jetzt bei Real. Digga, das war so eine Gänsehaut-Line, ne? Das ist einfach auch so ein wilder Part. Ich glaube, ich sage wirklich, Aka hat vielleicht sogar den besten Part. Der hat mich gerade so gepackt, gerade, ne? Der hat mich gerade so gepackt, sein Part hier, ne? Boah. Oh, man. Oh, man. Alle auf dem Boden, ich rei Schlag, doch. Da, da, da. Ihr merkt gerade schon, ne? Ich pausier kaum. Digga, wenn, wenn Deutschrap-Songs einen nicht sperren würden, Leute, wenn die einen nicht sperren, dann würde hier jede Reaction so sein. Jede Reaction würde ich immer so viel laufen lassen, ihr wisst. Aber leider müssen wir bei den Deutschrap-Songs immer leider viel pausieren. Aber so ist einfach so geil, wenn ich weiß, ich kann laufen lassen, Digga. Digga, schöne, schöne Grüße an etc. Beats. Da seht ihr den Boy. Natürlich ist er abonniert. Das war's. Macht's gut. Also, ich muss sagen, es war wild, wild, wild. Arkas Part hat am Ende nochmal so geil gepasst, ne? Also, alle drei wild geile Einstiegs. Das war's. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Ciao.